Ja, ich seh, ich kann nur nicht rennen mehr. Ich bin noch ganz, 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 ganz wenig. Weißt du, was? Ich probier jetzt die rohe Kartoffel zu essen. Nein. Rohr, ähm. Kann ich nicht, oder? Wie isst man denn? Okay. Will ich jetzt nicht bald verhunger? Das wollte ich auch nicht. Toll. Wir finden's noch raus. Noch kein... Nicht sterben! Nicht jetzt! Kurz vorm Stand und kurz vorm Eichhörnchen. Wie kann man denn nachgucken, ob das roh ist, oder nicht? Ich kann's gar nicht einsammeln. Ich glaube, es ist fertig. Ich weiß nur nicht, weil ich kann's nicht aufheben. Guck mal, bitte. Schnell, ich bin gleich verhungert. Ich hör's. Oh, warte, ich glaub, ich hab noch was hier. Rohres Fleisch, rohres Fleisch, rohres Fleisch, rohres Fleisch. Aber ich hab Refe. Ich hab's nicht mehr verhungert. Ist das... ... oder? Ist das die Schildkräuter, oder? Warte. C. Was? C? Achso, nein. Müssen wir dranhängen. Hohohoho, ich werd fungeriert. Ja, ich auch. Hey, ich hab's nicht mehr dran. Hmm, ich hab's nicht mehr dran. Wirks nix, wovon man sich ernähren kann. Bööö. Huhhahaha. Wirksd ja auch nicht so, irgendwie so. Erwischt! Huhwachohohhohoho. Sie lässt ja auch mal den Fluch daneben und krabbelst nicht zu dir. Ja. Oh, eine Feder. Ja, die dann müssen wir gar nicht auf. Die steck ich mir ins Haar. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen zumindest Bären finden. Ich finde keine. Das ist das Problem. Ich weiß. Wahrscheinlich irgendwo tief im Wald. Ich gucke hier, ob ich hier irgendwelche Sträucher finde. Ja. Ich kann noch nicht mehr rennen. Bitte guck nach. Oh, man kommt hier hoch. Ich gehe gerade hoch, ja. Was ist das? Ein Stein. Ein Stein kann man sich hier erlernen. Ja. Oh, meine Hungeranzeige ist schon rot. Ich bin mitten auf einer Wiese jetzt. Irgendwo muss es doch Bären geben. Ja, verdammt schwer. Zombies? Ach, Bambis. Na, wenn es hier welche gäbe. Oh, ist nur ein kleiner Baum. Mann. Wo wird der Wald denn dichter? Herr Dichter, wo sind sie? Kümmer dich lieber um Bären. Gerade. Dass du nicht verhungerst. Was? Ein was? Ist dir die Klippe runtergefallen? Oh nein. Dann kannst du sie ja leicht töten. Bitte nicht. Jetzt ist sie durch den Stein gerutscht. Ich gehe jetzt in den dichteren Wald. Ich hoffe, ich finde das. Hase! Ich gehe mal in den dichter Wald. Oh, der Sabö hier war ich schon mal. Ich brauche doch nur Bären. Bären. Komm, wir überleben den Ureinwohner. Jetzt habe ich auch noch Durst, aber das kann ich, wenn ich nicht die falsche Tasse drücke. Nein! Oh, bitte nicht! Bären! Nein, Pflanzen und Blume. Ja, ich muss viel weiter gehen. Oder Pilze. Pilze wären auch gut. Ich habe noch nichts dergleichen gefunden. Diese Eidechse? Weißt du, was ich verstanden habe? Diese Alexa. Pilze! Ja! Nein, Stein. Verdammt! Es sah aus wie ein Pilz. Ich hatte so eine Hoffnung. Die starben sehr schnell, genau so wie sie. Ja, ich finde keine Pären. Ich auch. Gibt's doch nicht. Bin gleich platt. Ich wollte gerade angucken, was das Fleisch sagt. Nein! Gab es nicht in deiner Tasche? Leider nicht. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Mit Ausnahme. Ich weiß es nicht. Ich habe hier ein Totem kaputt gemacht. Oh, das war ein Gesicht. Aufgespießt. Vielleicht war ich es. Weil ich gleich angegriffen werde. Wissen wir. Ich bin hier noch ganz weit davon entfernt. Ich bin mitten im Wald. Ah! Ah! Da ist er noch. Ah! 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 Ich kann nicht brennen. Ja, lass mich in Ruhe. Komm her. Komm her, der Blöckow. Komm her. Ich höre nicht zumindest so. Ich will nur essen. Immer schön den Stein schwingen. Was sagt unser Essen? Das Fleisch? Ach, Mann. Das Fleisch? Moment, ich komme. Ich schwemme zu dir. Ja! Ich brauche dringend was. Ich brauche so dringend was. Ich bin gleich sowas von tot. Wie geht es dir? Ist noch was übrig für mich? Gut. Nein, bitte nicht. Ich brauche dringend was. Bitte nicht einsammeln. Ja, aber es muss erst... Denkst du, ich sehe den Unterschied? Ja. Das war's. Das war's. Ja. Ich habe Stöcke. Warte, 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 warte. Ich kann das nicht dringend essen. Ich bin mir nicht geworden. Ich bin ganz am Ende. Ich kann das nicht mehr aufheben. Nicht. Da steht eh, aber... Du kannst nicht mehr tragen, Fleisch. Ja, ich glaube schon, aber roh. Ich lege es mal ab. Kann ich es jetzt essen? Kann ich es jetzt essen? Ja! Wie esst man? Wie isst man? Wie isst man? Ich habe es jetzt in der Hand. Du hast auch das Wurst. Du hast auch das Wurst. Habe ich nicht. Doch, dann wird es nicht automatisch... Häng's auf. Ich nehme echt... Ganz am Ende. Roh, roh, roh und roh. Du willst mich doch verarschen. Ich hatte... Getrocknetes in der Hand. Getrocknetes in der Hand. Alles roh schmeiß ich jetzt mal hin. Es wird es überleben. Ich schmeiß es hin. Dankeschön. So, was ist jetzt gekocht? Ich muss essen. Roh. Du willst mich doch verarschen. Ich weiß auch nicht, was gekocht ist. Es gibt mir gekocht. Es verband ist die Gehacke. Ich habe mich aufgesammelt. Ich esse es ja erst selbst. Das ist jetzt zu sehen. Oh, ich werde verhungern. Scheiß drauf. Ich werde verhungern. Getrocknetes. Endlich. So, jetzt habe ich es in der Hand. Und jetzt? Essen. Ich halte die Tasse gedrückt. Links. Ich habe keine... Was machst du da jetzt genau? Ich hänge mal nochmal Fleisch auf. Habe ich nichts mehr? Nein. So. Wo? Wo? Ich kürze. Ich kürze. Ich kürze. Ich kürze. Ich kürze. um und wir werden leben eine nacht das ist doch schon mal was was war das auch auch ich bin ich bin hier beruf doch ich hab's gegessen tut mir leid wir müssen unbedingt mehr was machen neues tier entdeckt als ich den vogel zugesehen habe aber wir haben überlebt johu da hinten ist was ein reh es steht da hinten steht ein reh es war darauf gereakt zu werden nicht schmeißen ab damit auf den anfang müssen wir komplett rausschneiden aber es ist ja nicht schlimm wir haben erstmal essen es ist doch schon mal so gibt es nicht ich habe zumindest keine gefunden aber ich habe mein steinchen ich habe ein axler ich habe die dings aufgehoben du sollst nicht brennen wir gehen wasser du presst immer noch ich habe rehrfleisch ich habe noch soda ich weiß es doch nicht ich weiß es nicht ich möchte dass es der tag wird warum wegen der du hast hohes fleisch gegessen aber irgendwas musste gemacht haben was dir schadet das ist der rekopf lassen liegen auf einmal wird sie tut das scheiße hebst du das jetzt mal auf hallo kann man wieder fleisch nicht aufheben habe ich ja zu viel im inventar da hat sich das spiel wieder aufgehangen ich liebe das wenn das passiert ja ich habe zu viel im inventar ich habe es weggenommen ich war es ja kann ich gut nicht hinter diesen kann ich gibt es hier endlich gekochtes fleisch angekochten das ist roh ach manu hast du auch gekochtes für mich das ist auch roh das ist auch roh das ist nicht nett er zeigte doch gerade er zeigte doch gerade nebenan da ich wollte gerade essen jetzt habe ich es gekocht jetzt hast du es mir genommen gib es mir wieder her hab ich was denn was ist los rohes fleisch das ist rohes das ist rohes ich hatte das inventar komplett leer nein hattest du nicht jetzt kocht es es braucht blätter das ist roh das ist roh das ist roh das ist roh